Jahresendrallye, ja oder nein? Das ist die Frage. Der Markt, er schießt nach oben. Das ist schon mal die gute Nachricht. Der DAX mit einem Gap eröffnet, anschließend tapfer weiter hochgelaufen. Aktuell 15.800. Herzlich willkommen wieder zurück auf diesem Niveau. Das ist doch schon mal eine ganz gute Nachricht. Manch einer träumt schon von der Jahresendrallye. Die Frage ist, wie nachhaltig ist das Ganze? Wir wollen uns das mal anschauen an den verschiedenen Charts, nämlich beim DAX, bei den amerikanischen Indizes, um dann mal zu gucken, ob man so weit sich schon aus dem Fenster lehnen kann oder ob das eigentlich noch eine Nummer zu früh ist, da jetzt schon was draus zu lesen. Wir sehen, der Markt ist nach oben gekommen. Bleiben wir mal erst mal beim DAX. Und das ist erst mal so, wie wir uns das in etwa vorstellen. Wir haben es hier gezeichnet, ganz grob hier, als Bewegung. Ihr seht das hier vorne, so eine Bewegung. Anschließend wackelig, das ist quasi dieses A, B, C. Hier kann man das erkennen. Und anschließend die Aufwärtsrichtung nochmal. Damit hatten wir gerechnet. Und hier wird jetzt entschieden, ob der Kurs nach oben geht oder nach unten. Wo genau wird das jetzt entschieden? Liegt das an dieser roten Marke? Nein, die rote Marke ist es ganz sicher nicht. Es hätte auch diese rote Marke locker schon gereicht, um das Angebot anzunehmen. Aber es wird in diesem Umfeld entschieden. Man kann das ganz grob auffassen. Ich mache mal diese Zeichnung hier bewusst weg. Man kann es ganz grob auffassen, dieser Anstieg hier und der hintere, die sind sehr gerne ähnlich lang. Das kann ein bisschen weniger sein, kann ein bisschen mehr sein. Noch sind wir in dem Bereich ein bisschen mehr. Wir sind ja, hier ist die 100 Prozent. Das heißt, die Länge hier vorne. Hier ist das A, B, C und dieses hier hinten. Da wäre es genau gleich lang gewesen. Da hätten wir schon mal das erste tolle Angebot für eine Wende gehabt. Erstens mal, weil die sind zugleich lang. Zweitens die 50er Marke. Da war für den einen oder anderen schon eine Möglichkeit für den Dreh. Hat der Markt bisher nicht genutzt. Das ist ein Zeichen. Das nächste ist, wir sind deutlich weiter gelaufen. Bisher noch ohne Ambitionen irgendwie nach unten. Wir sind noch in einem Rahmen. Ihr seht das hier die 161. Bis dahin ist noch alles safe für so eine Bewegung, die anschließend so weitergeht. Ist absolut noch möglich. Aber man kann generell sagen, je weiter wir über diesen Bereich hinausgehen, desto kleiner werden die Wahrscheinlichkeiten. Also wenn er jetzt sogar noch weiter steigt, wird die Wahrscheinlichkeit, dass das hier kommt, deutlich geringer. Nicht null um Himmels Willen, aber deutlich geringer. Wir sind also jetzt noch nicht so, dass wir sagen können, ja es ist schon völlig unwahrscheinlich, dass das passiert. Aber immerhin, das was wir bis hierhin gesehen haben, lässt vermuten, dass der Druck nach unten nicht groß ist. Es muss also jetzt wirklich schon eine doofe Nachricht kommen. Denn die Stimmung ist latent positiv. Eigentlich müsste ich ein Smiley malen. Also das Ganze sieht aktuell von dem, wie die Marktteilnehmer sich äußern am Markt. Das ist ja auch nicht zögerlich. Eine Alternative wäre gewesen, wenn die Marktteilnehmer, machen wir es mal hier in den kleineren Chart, im 15 Minuten Chart, wenn sie zwar hochgegangen wären, aber schon irgendwie... Das ist genauso hoch. Also man kann nicht sagen, die Höhe ist alleine entscheidend. Aber ihr seht schon an der Art und Weise, wie guckt mal, so ist er hochgegangen. Das wäre eine andere Möglichkeit, hochzugehen. Wo habt ihr den Eindruck, sind die Leute überzeugter? Wo sagen sie, geil, so stelle ich mir das vor. Und wo sagen sie, na, kaufen vielleicht besser, mal gucken. Ja, das ist wohl diese Variante hier. Das heißt, die Stimmung ist super. Das heißt, wenn es jetzt eine schlechte Nachricht gibt, muss sie wirklich auch reinknallen, damit da was Schlimmes passiert. Ansonsten ist eigentlich jetzt nicht damit zu rechnen, dass das passiert. Im Gegenteil. Die letzte starke Bewegung ist ja auch wieder nach oben. Wo auch immer. Aber wenn irgendwann hier eine Korrektur mal kommt, das kann auch sein, dass die eher später kommt, wäre das das Zeichen, guck doch mal, das ist doch wieder unser Klassiker hier, der Fünfweller nach oben. Und das wiederum ist im Kleinen ein gutes Zeichen, dass wir schon hier in der fünften Welle dann so langsam unterwegs sind. Wir vielleicht gar nicht mehr darauf angewiesen sind, dass wir doch noch einmal tiefer gehen. Ja, geht das denn? Ja, gehen tut das. Was immer. Wir müssen ja immer mit den Wahrscheinlichkeiten dealen. Und die Wahrscheinlichkeiten durch den jetzigen Anstieg steigen deutlich für die Longseite. Das heißt tatsächlich, ich bin noch nicht 100 Prozent überzeugt, muss ich aber in dem Moment auch noch nicht. Aber ich habe zumindest mal jetzt den besten Grundstein, dass wenn wir Korrekturen erleben, sei es im Kleinen so intern oder später im etwas Größeren bis wieder in die Mitte dieser gesamten Aufwärtsbewegung, so ähnlich wie dieser hier jetzt, in die Mitte dieser Aufwärtsbewegung. Ja, so 38 bis 61er Mark, ihr kennt das Prozedere. Ja, dann haben wir noch mehr Evidenz oder Hinweis mindestens mal da drauf, dass der Markt richtig Bock hat auf nach oben. Also, das heißt, ihr erinnert euch, ich hatte das hier eingezeichnet als eine Möglichkeit und hier irgendwie in dem Umfeld, das ist jetzt nicht messerscharf auf genau einem Satz. Hier wird jetzt entschieden, ob das folgt oder ob das folgt. Und im Moment gibt es keine Anzeichen für diese Variante. Es spricht im Moment sehr vieles dafür, unterstützt würde diese Aufwärtsseite, wenn wir im Kleinen, im Großen Rücksetzer wackeliger Natur hier nach unten bekommen. Ja, also daran seht ihr, worauf wir da achten. Wir wissen das im Zweifelsfall auch nicht im Vorhinein. Ja, das ist etwas, was man häufig Charttechnikern unterstellt. Ja, ihr glaubt, dass ihr was in der Zukunft habt. Nein, ich weiß es nicht. Ich kann aber erkennen, wie die gerade drauf sind und kann dann sagen, wenn ihr nur zögerlich runterkommt, scheint das ja nicht eure wirkliche Überzeugung zu sein, dann mache ich dann in die andere Richtung nochmal mit. Also, das Bild tatsächlich beim DAX, wir gucken uns die Indizes der Amerikaner jetzt nochmal an, sieht gut aus, zumindest mal aktuell. Und je weiter wir uns von diesem 1 zu 1 Projektionsziel entfernen, desto mehr spricht es für diese Richtung. Unterstützt würde das, wie gesagt, durch Korrekturen nach unten. Ja, aber die müssten tatsächlich dann auch erstmal kommen. Im Moment, gucken wir mal schnell, wie ist so der letzte Stand? Gibt es da eine Korrektur? Ja, im Moment gibt es keine Korrekturen nach unten. Also muss man noch nichts großartig tun. Was ist denn eine Korrektur? Gerne dreiwellig. A, B, C. Hier haben wir sogar ein Konz für die Profis unter euch, die schon mal eine Stufe weiterdenken wollen. Wir hatten hier vorne sogar schon eine A, B, C. Da konnte man sich eventuell sogar schon mal in die Irre führen lassen. Diese klappt gar nicht. Ja, das ist manchmal tricky. Dann wird man notfalls mal hier ausgestoppt, hat dieses Minus. Ja, die nächste Variante ist dieses Gesamte. Danach haben wir nämlich nochmal eins. Das sieht nach einem Double Zigzag aus. Vorne ein Zigzag, hinten ein Zigzag. Also spricht dann hier dann entsprechend nochmal den Einstieg. Und dann sieht man, okay, aber dafür haben wir das jetzt auf der Haben-Seite. Das heißt, diese kleinen Risiken müssen wir immer wieder eingehen. Und wir haben nicht die Garantie, dass es immer gut geht. Aber hey, so what? Wir haben zumindest mal einen Hinweis darauf, dass das regelmäßig uns die richtige Richtung beschert. So, das hatten wir natürlich beim Dow jetzt auch, diesen deutlichen Anstieg. Und auch hier sehen wir, ich hätte das hier gerne gehabt. Bis wohin? Naja, eigentlich in diese Kiste. So, wir machen jetzt mal zumindest das hier weg. Ich habe extra mal die Zeichnung von gestern gelassen. Das ist meine Lieblingskiste. Da muss er rein. Wir sind im Moment hier. Es ist also sehr realistisch, dass dieses Bild nicht kommt. Er hat aber auch nicht Anzeichen gemacht dafür. Er hat weder die Unterseite getriggert, hier das hier zum Beispiel, auch nicht hier irgendwelche Unterseiten, noch dass wir hier im kleinen Verlauf irgendeinen Schub nach unten haben und wackelig. Also das heißt, ja, der Markt zeigt im Moment auch mit dieser Bewegung, er hat Bock auf mehr. Und es muss wirklich was Doofes passieren, dass die Marktteilnehmer sich noch die Wurst vom Teller ziehen lassen. Ja, also es reicht jetzt nicht so von wegen, morgen regnet es, da sagen die Leute, geil, wir haben ja alle einen Schirm oder wir bleiben drin oder keine Ahnung, lasst euch was einfallen. Aber die Stimmung ist nicht schlecht genug, dass der Markt dann sofort zusammenklappt. Wenn wirklich was ganz Doofes kommt, klar, kann das immer passieren. Da sind wir nicht voll gefeilt, deshalb benutzen wir ja Stops. Auch hier hatten wir eine Variante, nämlich den Schub nach oben, den kriegen wir jetzt hier im Moment. Das Wackelige fehlt hier aber noch. Ja gut, das kann ja noch passieren. Beim S&P hatten wir ja gesagt, ein möglicher Trigger wäre jetzt zum Beispiel hier diese Marke als ein Long-Einstieg. Das ist etwas, was ich so per se nicht so gerne handele, weil das hat immer so ein bisschen was Fortsetzungsmäßig, wenn ich nicht genau einordnen kann, wo kam das Ding her. Und wir kamen von unten, schon von weit unten, also von hier. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, inwieweit der Kurs weit über diese Marke hochschießt. Aber man muss das ja nicht machen. Man kann ja gucken, ob man auf der kleineren Ebene was findet. Da war jetzt zumindest nichts zu vermelden, was wir jetzt hier für euch aufbereiten konnten. Aber die Idee ist, wenn wir jetzt doch steil nach oben kommen und früher oder später mal wackelig nach unten, wieder dann, ähnlich wie hier, von da gemessen nach da, haben wir hier die roten Linien. Genauso würden wir das natürlich dann hier machen, von hier unten gemessen bis zum Hoch. Ich weiß noch nicht, wo das Hoch ist. Ich nehme jetzt mal an das da, das ist aber jetzt nur geraten. Dann, das wird sich ja vielleicht noch ändern, wenn er in der Viertelstunde da oben steht, muss ich natürlich bis da oben zeichnen. Aber noch haben wir es nicht, deshalb ist das alles, was ich hier habe. Wenn der Kurs in diese Kiste reingeht und das wackelig, ihr wisst es, dann haben wir beste Voraussetzungen, dass es weitergeht. Und damit eigentlich so diese Bewegungsrichtung, die wir hier haben, nach dieser Wackelei, eben nach oben geht. Beim S&P, ihr erinnert euch, haben wir gesagt, da sind die Chancen gar nicht so schlecht für nach oben. Und beim Dow fand ich es gar nicht so offensichtlich und auch beim DAX nicht. Na gut, aber wenn sie doch jetzt nach oben wollen, ein Short-Signal haben sie ja nun auch nicht gegeben. Also es gab noch keinen Grund, da in Rage oder Panik zu geraten. Nasdaq ist ebenfalls absolut in der Lage, jetzt fertig zu sein, denn wir hatten ja hier diesen sehr starken Anstieg. Und dieses ABC auf der Abwärtsseite, zumindest suggeriert das dieser Kurs, hier in der Mitte das Geplänkel. Das heißt, vorne ging es mal steil, dann hatten wir hier die Pausenzeit, dann hier hinten noch mal steil. Wir sind tief genug reingegangen. Wieso tief genug? Von hier unten nach da oben messen. Wir haben die 38 bis 61,8. Die Höhe reicht. Zugegeben, ich mag es lieber, wenn er rechts von dieser Linie ist. Klar, schöner geht immer. Das ist jetzt hier wohl nicht. Aber wir sehen, wir sind jetzt mit einem echten Schub nach oben. Eigentlich ist das hier eine Triggermarke, dieses Zwischenhoch hier. Aber es gilt auch hier, das ist ungefähr bei 16.450 ungefähr, das ist das Hoch vom 30. November. Das ist der Future-Kurs. Falls ihr abweichende Kontrakte verwendet, müsst ihr das entsprechend auf den gucken, wo das Hoch war, 30. November irgendwann. Dieses Zwischenhoch wäre ein Trigger. Allerdings auch hier gilt, der Kurs kam von unten. Das heißt, ich kann nicht automatisch hier die 1 zu 1 nehmen. Das geht leider nicht, weil wir ja nicht wissen, in welchem Wellengrad wir gerade sind. Das ist ein bisschen doof, aber gut, damit kann man oder muss man dann halt im Notfall leben. Insgesamt kann man aber sagen, diese Aufwärtsbewegung macht einen sehr guten Eindruck. Und wenn der Kurs als nächstes wackelig runterkommt, ob das hier ist, ob das da ist, ob das da ist, aber er wird wackelig runterkommen, so wie das hier war oder hier im Größeren war oder von mir aus irgendwo hier vorne im noch Größeren war, dann gibt es die Chance, nochmal long einzusteigen. Also, Quintessenz. Alles sieht im Moment für die Long-Seite aus. Es gibt im Moment keine Anzeichen für die Short-Seite. Kann es trotzdem runtergehen? Ja, kann es natürlich. Aber es ist nicht das wahrscheinlichere Bild. Das heißt, es ist jetzt nicht so sinnvoll, im Moment auf die Short-Seite zu wechseln. Zumindest finde ich das nicht so aufregend von der Optik, dass man sagt, da muss ich jetzt mich darauf vorbereiten. Wir sind also auf der Suche nach Longs. Was muss passieren? Wir brauchen was Wackeliges in die Gegenrichtung. Das kann ABC oder mehrfach mit Überschneidungen so wackeln und dann können wir auf der Vorwärtsseite dann wieder mit dabei sein. Ich weiß, das klingt zu einfach, aber letztlich ist es das, das Doofe ist, es ist nicht absolut, es ist nicht, ja, das klappt immer und damit kannst du keinen Verlust machen. Aber die Chance, dann auf der richtigen Seite zu liegen, ist einfach zu groß. Einfach darauf achten, wo sind die starken Seiten, wo sind die schwachen Seiten. Das geht so intern immer wieder mal und hin und wieder dann auch mal hier, wenn das nicht offensichtlich genug ist. Mir war das hier zu klein beispielsweise. Dann habe ich halt einzelne Bereiche mal verpasst, dann geht man vielleicht noch eine Stufe kleiner. Das wäre jetzt hier was für die Leute aus dem Minuten-Chart. Oder man wartet auf das nächste größere Rücksetzer-Niveau. Das kommt nämlich definitiv. Es ist immer so, dass es kommt. Auf irgendeiner der Zeitebene werdet ihr das immer wieder finden. So, mit diesen Gedanken lasse ich euch jetzt erstmal allein, das ist das Update hier zu diesen Titeln. Euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und toi, toi, toi.